Jo Leute herzlich willkommen zu meinem erstes Video auf diesem Kanal und jetzt ist es halt das erste Video ich will nicht lange rumreden aber spielen wir einfach mal eine Runde wir sehen uns dann gleich nach dem Intro Ok, jetzt beginnen wir mal mit der Runde Floating Island oder Eastland, keine Ahnung wie man sagt So, als erstes fackbredsche ich mich in die Mitte Was habe ich gerade gesagt? Wurzel leckt bisschen Ah fuck, das leck übel! Ja genau, wenn ich runter verlegte, kann ich nicht geh Egal Second try Boah, wenn es so weit geht Ich tue nie nicht immer fast bütschen weil, aber bei Teams wo ich halt, wo die auch was machen da werde ich halt immer abgelöst und dann lohnt es sich auch mal, sicher fast zu bütschen Ähm also bis jetzt brauche ich noch kein Eisen aber vielleicht die anderen ich baue mich mal ein bisschen hoch weil da oben ist ja das Gold da oben ist schon einer und wenn er meint, dass er jetzt ganze Ding klauen muss, dann töt ich ihn jetzt weil er sonst ne Wogen hat tschüss 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 sehr schön äh angriff tschüss kom, schaff ich's schaff ich's schaff ich's nice Der ist... Okay, der ist unten. Der ist... Der ist... Okay, ich hab zwei getötet. Ich hab zwei getötet. Schau mal an Anfang. Ich werde einen bauen, bevor es selber bei uns passiert. Das ist auch ein bisschen nicht seh, man. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Er will mich töten. Shit, 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 shit. Nein, komm, 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 verpiss... Ja, genau. Oh fuck, bitte, 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 bitte. Mach doch mal was. Nein! Oh ne Witz, mein Team, mein Team, wir haben das beste Team, wenn jetzt mein Bett abgebaut wird. Unser Bett ist gleich weg, ich hab's wirklich so... ...geflügel. LOL! Ja, pfff! Ja, pfff! Shit! Was? Ah, der Bett wurde zerstört, sehr schön. Okay. Ähm, falls ihr mich vielleicht schlecht hört, ich bekomm in ein paar, äh, Wochen oder so, das Charcon Headset. Für... Für... Also, das ist wirklich... ...ganz schön. Und der ist auch ziemlich billig für seine Qualität. Ich sag jetzt nicht, wie viel der kostet. Keine Ahnung, ob ich darf oder nicht, ich sag's einfach mal nicht. Aber, dann hört ihr mich garantiert besser. Und jetzt rauscht es, aber... ...dann rauscht es nicht mehr. Ich hab mit meinem, äh, Klassenkameraden ne Wette gemacht. Also, wir haben so ne Arbeit bekommen, ja, üblich. Der, wo die bessere Note hat, der muss... ...also, der... Shit, 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 verpiss dich. Der, wo die bessere Note hat, der muss kein Video aufnehmen. Verpiss dich. Und, ähm, der... Der, wo es schlechter hat... ...ja... ...der muss das da hier machen. Das ist jetzt nicht so ne Strafe oder so, aber... ...ich fass mit Chits nicht, weil... ...ich hab Schiss, dass ich runterfalle. Und das nimmt ein Bow. Und der ist zu scheiße, mich zu treffen. Ja, und der war um 0,3 Noten besser wie ich. Und deswegen muss ich jetzt das da hier machen. Ungespielt, hi! Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Gelb und Blau kämpf, ich bin Blau. Du Idiot! Ist der behindert? Ach, egal. Ist unter... Na, ok. Äh, warte, das ist grün. Nur die haben ein Bett. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Sehr schön! Boah, hammergeil. Hammergeil. Okay. Ist der wirklich so? Schade. Egal, egal, den... Ungespielt skin haben wir schon mal, eliminiert. Nur noch wir haben ein Bett, das ist sehr gut. Okay, der da wird als nächstes eliminiert. Tschüss! Tschüss! Egal, egal, den einen habe ich, den einen habe ich. Ach, der hat mir einen Bogen geschossen. Das war sein. Äh, weil der wieder als... Der sich als, 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 als... Äh, Enderperle, äh, verwandelt hat und dass er dann überlebt hat. Ja, das ergibt Sinn. Ähm, das dauert einfach zu lange, wenn ich die ganze Zeit hier, ähm, mich equipe und die Aufnahme anlasse, weil... Der wird schon sehr, wie ich mich equipe. Ihr wollt doch sehr, wie ich kämpfe, oder? Schreibt es mir jetzt in die Kommentare. Da lebt noch ein Grüner. Da hinten ist der. Und das ist jetzt wirklich meine erste Folge, weil ich hab gar keine Zeit. Ich muss gleich irgendwo hin. Boah, der macht immer denselben Fehler. Holt Gold. Geht. Ich hab' den runter. Tod. Wieso bist du nicht mal schlau? Wieso bist du nicht mal schlau? Tssst. Pfff. Pfff. Das tut mir in den Augen, wie der wieder spielt. Wo ist der? Da ist der. Shit 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 fuck boah wie pussyhaft spielt der bitte wie es aussieht ist er dort hinten und spielt wie mein kleiner 5jähriger Bruder also schlecht guck mal wie scheiße der ist ey das kann nicht wahr sein oder als ob das jetzt unser Gegner ist das leckt übel bisschen also ist es dein ernst ist es sein oh ich habe ihn bekommen nice gg so ihr habt gesehen dass es bisschen chaotisch war mit den ganzen lecks was jetzt immer noch ist also das leckt ja übel ja egal ich suche mir mal ein besseres auf dem programm wenn ihr vielleicht tipps habt könnt ihr sie mir wie immer in die kommentare schreiben und ja ich würde mich über eine positive bewertung freuen wenn es euch gefallen hat dann lasst ein like da wenn es euch nicht gefallen hat dann lasst doch ein like da ähm ja also abonniert mich um keine videos zu verpassen ich wenn ich zeit habe mache ich vielleicht mehr videos und wenn nicht dann ach mal sehen ok lasst mir ruhe nicht snorken was hat ich habe schon viele aufnahmen gemacht ich hoffe das leckt ja übel ich hoffe die aufnahme die wird jetzt endlich mal ins netz gestellt weil bis jetzt war die immer zu lang oder ist irgendwie wurde irgendwie gelöscht oder so aber die wird bestimmt umkommen oder so dann viel spaß noch und ciao